Wir haben genügend Früchte. Das ist schon mal gut. Irgendwann ist ja diese... Boah, das muss man alles auf eine Insel oder so. Das ist doch... Das ist... Äh... Okay. Wir können wieder sinken, was das betrifft. Jetzt haben wir einen Plus von 30. Achtung! Mangel an Transportern beeinträchtigt Produktion. Ja, ist ja gut. Guck mal noch. Scheint so. Kundenanalysen zeigen. Unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Plus von 12. Aber wo? Muss denn ja eher hier sein, oder? Wo wir so einen Mangel haben. Was war's da scheinbar gewesen? Hier haben wir noch ein Fluss, ein ordentliches... Hier geht's auch noch. Ist das pro Insel bemessen? Gar nicht pro Sektor. Okay. Aus den roten Zahlen, aus denen kommen wir ja. Das, ähm... Ne, immer durch wieder... Immer wieder neues... Neues verkaufen, dann kommen wir da wieder raus. Ähm... Allerdings... So, hier... Ähm... Ups... 1,525 bestätigen. Parameter werden erneuert. So, dann kommt da noch ein bisschen mehr rein. Dann brauchen wir noch ein Gemeinschaftsgebäude. So, dann brauchen wir noch eine Versorgung mit Gemeinschaft. Dann vielleicht noch eins. Können wir hier nicht hin, sondern einfach mal hier hin. Dann brauchen wir schon mehr Gemeinschaft. Sie sind hier immer willkommen. Äh... Jo. Straße war nicht schlecht. Wunderbar. Es macht mir nichts aus. Sie sind hier immer willkommen. Unsere Forschung entwickelt sich gut. Wir sind motiviert. Geheimhaltungsproblem. Wir sind... Wir sind... Wir sind bei minus 31, okay. Ich glaube, wir sind bei minus 5. Wir sind bei minus 6. Wir sind bei minus 5. ich bin transferroute leidet unter inadäquater warenversorgung stecke dafür enorm an die wohnung energiebedarf nicht länger deckbar ja ich schau gut menschens knurz die energiebedarf gemacht mehr haben wir nicht glaube ich nicht doch aber der kind die krieg war dann schon runter wollte ich fand ich aber jetzt trotzdem die proben sie sich aus sich selbst erfolgs des vertrauen Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir nicht dankbar genug sind. Okay, das kann man nicht mehr weiter pushen. Ist ich das richtig? Arctis 25x25 haben wir alles. Was soll man sagen? Genau, was soll man sagen? Wir sind noch bei minus 35.000. Oh, kriegen wir die minus 70.000 da besser Flächen weg? Irgendwas müssen wir ja machen. Dann ist es okay, okay. Streampause, das ist super. Da spielen gar keine Karten. Mondfutter. Was kann ich für Sie tun? Hi. Mondfutter. Was ist das? Das ist ein Mondverträger. Daraus noch mal Mondfutter. Da brauchen wir... Achtung! Unter Versorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Mal hier vor. Jetzt brauchen wir mehr Androiden. Haben wir einen Plus von Androiden? Wir brauchen aber auch ein paar mehr Offiziere, die wir gerade ein bisschen reinbekommen. Was es auch ist, wir kommen damit zurecht. Äh... Von minus 7. Wir brauchen mehr von den Offizieren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier oben... ...eine Schaltkreise brauchen wir. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das geht schon mal los. Warnung! Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Androiden, I know. Unserungszüglich. Und von der Offiziere der게 macht. Unserungszüglich. Und wegen der Offiziere der Herbrechen oder Verbrauchsgütern. Und dann, wir werden den Rollen eingestellt. Unserungszüglich. Und den Mann an den aus einem Kopfraum. Und dann, ich hätte einen Ballern gesehen. Und dann, wo noch ein paar Aufwand erreden, das hat es sich anfangen. Weil wir ein paar Leute kommen. Und dann, hier auf dem Weg. Was ist denn da? Willkommen bei Nick. Nein. Unsere Investoren möchten das Projekt trotz ihrer momentanen Finanzkrise fortsetzen. Danke schön für Ihre Unterstützung. Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Wasser. Sieben. Sie müssen sich entscheiden. Verlängern. Oder aufgeben. Ein Angebot, was ich nicht abschlagen kann, wenn man verlängern hat. Plus von 6. Plus von minus 2. Plus von minus 2. Neue Transferroute aktiv. Machen wir mal ein Plus von minus 2. Das ist das. Neue Transferroute aktiv. Machen wir mal ein Plus von 4. Diese Terroristen sind eine Gefahr. Und nicht nur für uns. Wahrscheinlich wird es da was machen, ne? Haben die tatsächlich unsere Schiffe gekapert? Zeig's ihnen. Ich bin der Experte, Elite und höher. Ja. Hier ist nichts zu berichten. Mhm. Nichts zu berichten. Verstehe. 40-50. Ich würde schon gerne hier die Offiziere voll machen, weil wir mehr als das sowieso nicht hinbekommen werden. Oh, wen haben wir hier? Hey, was ist los? Hey, hey, hey. Oh, was will ich noch bekommen, um kurz nachher zu bauen? Das muss man verdenken, wir brauchen das eine oder andere bauen und erweitern. Das ist nicht nur ein Kran. Oh, wen haben wir hier? Das dauert, bis wir das voll haben. Nächstes Astronautenteam trifft ein. Ich kann noch mal so ein Ding verbinden. Das muss bei einer Linie sein. Jawohl. Wozu brauchen wir die Gärten? Was wollen die denn haben? Ein normales Wohnhaus. Flügungskur. No, no, no. Das ist aber nett von denen. So, was wollen? Was wollen? Was, was, was? Ich sollte einen mitnehmen, weil ich sollte zwei davon mitnehmen. Ah, wir sind immer noch nicht aus den Schulden raus. Frage, wo gehen wir hin? Ja, das macht halt beides Sinn, ne? Also hier haben wir halt den Vorteil, dass wir halt sogar noch einen höheren Umsatz bekommen und weniger Arbeitskraft das gewinnen. Verbesserte Handelspreise und so weiter sofort bekommen. Ich denke, wir gehen dann erstmal Richtung Bio. Forschung bietet neue Optionen. Nichts brennt oder explodiert. Zumindest im Augenblick. Äh. Warnung. Unzureichendes Forschungsmaterial. Das machen wir das auch. Beachten Sie. Forschungswaren fehlen. Oh, jetzt sind Bearbeitung. Das ist halt die Frage, kann man alles wahrscheinlich schon in Dings kann man wahrscheinlich alles haben, oder? Kommen Sie rein, aber bitte fassen Sie nichts an. Kommen Sie rein, aber bitte fassen Sie nichts an. Es wird halt immer was erstellt, ne? Also, wir werden halt immer was haben. Also, das kriegen wir halt schon hin, würde ich sagen. Ihre Lebenszeichen sind innerhalb der Parameter. Äh, jo. Wir haben einen Bio-Kostmangel. Einen immensen Bio-Kostmangel. Ich nehme an. Bende, dass das serait schwer. Wie kann man immer ein B savier. Ich nehme an ihn zu. Ich nehme an den B Rafael. Weil ich alleine zu. Wir werden das knicks. Und es gibt auch ein B Rafael. Öff, ich nehme an den B tenha. Und erzählt euch das. Und es gibt auch ein B. Ich nehme an Foto von einfachen. Aber entsprechend im Bara, und ich nehme an. Achtung! Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Untertitelung des ZDF, 2020